Was kommt denn hier? Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Was kommt denn hier? Ich bin da! Was haben wir denn? Da! Da ist der! Weil mich schmeißt Rauchgranaten und es kommt kein Rauch raus oder was? So eine Scheiße! Du weißt ja gar nicht hier! So eine Schuss! Die Schuss! Okay, nachladen. Bis jetzt läuft es hier einwandfrei. Einer hat uns bis jetzt bemerkt. Das ist so lächerhaft. Scheiße. Der Sniper-Writer hat mir wahrscheinlich besser gedient. Was sind da? Was sind jetzt? Okay, wo muss ich hin? Wo? Das sah ja lächerhaft aus. Okay, wie komm ich denn jetzt runter? Kann ich nicht einfach normal runter gehen wie jede andere Auge? Oder muss ich jetzt lieber hier ein Special-Wig gefunden? Okay, ich hab' die Auge und die Auge und die Auge und die Auge und die Auge. Und hier mal leider weiter. Ah! Da schimpft ich nichts zu tun. Okay. Jetzt aber Ruhr hier, ja? Das wird mir nix angezeigt. Das ist sehr gut. Wenn nix angezeigt ist, dann... Was muss ich denn jetzt machen? Ich muss noch weiter runter. Irgendwie... Ich muss doch hier irgendwas bringen. Also auf Kante herabfallen kann ich nicht. Ich muss da hin. Ich muss runter. Wo kann ich hier runter? Hier kann ich runter. Ja. Sam, das gefällt mir nicht. Wir haben Nuris Leute identifiziert. Das sind nicht nur Schläger. Geht es etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten. Chemiker, Scharfschützen, Techniker. Klingt nach einer Hausdarmannschaft. Dazu noch Profifahrer. Wir haben den LKW verfolgt, seit er die Mühle verlassen hat. Jeder Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Ich verstehe. Ich verstehe. Nach was suche ich denn? Und wo finde ich das? Hier haben wir einen Stuhl. Einen Stuhl. Ah! Das kriegen wir nur, wenn wir ganz leise sind. Und wenn es weiterhin so gut läuft wie jetzt, sollte das kein Problem werden. Oh. Oh. ... ... ... ... ... Oh. ... Ja? Da gibt es hier keinen anderen Weg. Vielleicht gehen wir auf und gehen auch nicht weiter. Das Datenpaket. Tja. Was soll ich denn das kriegen? Oh, hier ist doch ganz gut. So. Jetzt habe ich ja Glück und der kommt hier lang. Oh Gott, das sind schon jetzt zwei. Drei. Das ist das Datenpaket über uns. Super, der Typ steht direkt vor uns und wir können nicht zählen. Der Typ steht direkt vor uns und wir können nicht zählen. Der Typ steht direkt vor uns und wir können nicht zählen. Okay. Okay. Okay, das ist erstmal gut gelaufen. Wir holen uns jetzt als nächstes den hier. Das kommt schon. Ein Stückchen. Okay, das war jetzt knapp. Ich weiß ja nicht, was das sollte. Scheiße. Okay. Okay, das haben wir nicht ganz so gut hingekriegt. Das Datenpaket ist anscheinend noch sicher. Okay. Okay. Das haben wir ja schon mal ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Okay. Jetzt müssen wir nur noch das Datenpaket zugreifen. Ja genau, das war jetzt irgendwie nicht der Plan. Mal switchen. Mal switchen. Mal switchen. mal Nolan klagiert. meteorologische das datenpaket haben jetzt nicht alles ausgeschaltet um das datenpaket nicht zu kriegen was soll der Müll ich will jetzt an das scheiß datenpaket hier geht es nicht lang hier hinten ist Feierabend super bringt mir herzlich wenig ach komm leck mich ich habe jetzt auch keinen Bock drauf hab eh genug Kohle hab eh genug Kohle da ist es zum Kotzen hier muss ich lang warte mal komm ich hier hoch nein der Sam ist zu blöd aufzulaufen ok so ne so ne Kindersicherung geh weiter runter Sam die sind anscheinend dabei einzupacken uns läuft die Zeit davon kurz mal hier auffüllen alles der nächste LKW fährt ab ich seh ihn verliert die nicht auch noch Charlie Humor kenn ich gar nicht von dir tu was du kannst ich gehe jetzt zur Ladebucht ok Trucks weg keine Komplikationen wir wollen hier wir wollen hier wir wollen hier los ja macht er da Schattenspiele? ja ernsthaft dann mich ich